morgen zusammen zu meinem neuen video ich kaufe mir nach und nach ein wachstums depot zusammen wie viele von euch bereits wissen und nehme euch mit auf diese reise auf diesem channel hier wir hatten uns abgestimmt und geeinigt dass einmal im quartal dazu ein update kommen wird tatsächlich sind die nächsten drei monate schon wieder vorbei und das nächste update steht an wie schnell die zeit vergehen kann einfach nur wahnsinn in diesem video gibt es also ein kurzes update zu den einzelnen titeln den nachkäufen den neukäufen und einzelnen spannenden news den quartalszahlen und der gesamten entwicklung des depots in euro unter dem prozent bevor wir starten wie immer gerne einen daumen nach oben oder ein like für den youtube algorithmus da lassen abo ist auch immer gerne gesehen merci und jetzt geht's auch schon los vielleicht noch mal kurz für alle neuen zuschauer auf diesem kanal hier die grundprinzipien des depots in 60 sekunden zusammengefasst dieses depot hier ist eher spekulativ ausgelegt und versucht mit wenigen titeln durchzustarten und eine überrendite zum markt zu erwirtschaften der ansatz zur auswahl dieser titel hat drei punkte punkt eins ist ich will in einen mega trend investieren jedoch achte ich darauf dass die aktie nicht im trend mit anderen unternehmen konkurriert sondern vielmehr die infrastruktur für einen trend stellt also den schaufelverkäufer im goldrausch und nicht den goldgräber selbst der zweite punkt ist ein hohes umsatzwachstum schneller ausbau von marktanteilen und skalierung ist sehr wichtig der gewinn und die profitabilität habe ich im blick ist aber erstmal zweitrangig bei diesen jungen unternehmen dritter punkt ist die bewertung der aktie gar nicht mal so die bewertung mit multiples vom umsatz oder dem gewinn sondern vielmehr die gesamte marktkapitalisierung ich denke einfach eine apple mit 2000 milliarden marktkapitalisierung hat wesentlich geringere chancen sich nochmal verzehn oder zu verzwanzig fachen wie eine firma mit 1 bis 2 milliarden ich achte also darauf dass die firma noch relativ klein ist nach diesen drei kriterien habe ich über die letzten jahre ein depot angefangen und stetig ausgebaut und stelle eigentlich alle titel und nachkäufe hier auf youtube vor wenn ihr also genau eine vorstellung zu einem einzelnen titel sehen wollt schaut gerne mal in meine playlist wachstumsaktien vorbei zum start seht ihr hier noch mal die depostruktur aus dem letzten update seit dem letzten update hat sich aber einiges getan es gab sowohl komplette neuaufnahmen als auch mehrere nachkäufe bei vorhandenen titeln warum und weshalb zeige ich euch jetzt bei corsair meinem gaming esports und streaming enabler gab es gleich mehrere kleine tranchen ich habe in summe noch mal einen tausender nachgeschossen aufgeteilt in drei kleine schritte über die letzten monate verteilt bei der embracer group meinem spieleentwicklungs monster gab es ebenfalls einen kleinen nachkauf ich habe die kleine marktschwäche genutzt und noch mal für ein paar hundert euro nachgeschossen vor kurzem hatte ich euch dann noch 1 800 flowers vorgestellt einen ziemlich spannenden ecommerce player im gifting bereich hier gab es dann einen erstmaligen kauf in mein depot ich habe kurz vor der veröffentlichung der nächsten quartalszahlen eine erste tranche von 1000 euro in 1 800 flowers investiert ebenfalls habe ich euch vor kurzem firefinch vorgestellt einen schnell expandierenden gold produzenten der plant eines der größten lithium vorkommen der welt in eine neue firma abzuspalten firefinch hatte ich nach der ankündigung der goldminen übernahme noch mal ordentlich nachgekauft ich habe den titel aber schon seit längerer zeit im depot ich nehme ihn aber mal trotzdem in diese video reihe mit auf da ich denke dass viele von euch interessiert über die weiteren updates von firefinch zu erfahren ein weiterer neukauf war in den letzten drei monaten hims and hers ein telemedizin anbieter der eine ecommerce apotheke im geschäftsmodell integriert hat hier gab es als erstmaligen kauf 150 aktien für circa 1800 euro und dann bei fallem der aktie noch eine weitere tranche von ebenfalls 150 aktien für 1300 euro in summe ist also dieses quartal wieder einiges an kapital in mein depot geflossen sowohl in alte titel als auch in neu zugänge investiert wurde in dieses depot also stand heute 36.700 euro schauen wir uns also mal an wie es den unternehmen in den letzten drei monaten ergangen ist mittlerweile sind so viele titel im depot dass ich in diesem format nur noch die aktuellen ereignisse vorstellen kann informationen zum geschäftsmodell und meiner investmenthese dahinter findet ihr dann in den jeweiligen eigenen einzelaktien vorstellungsvideos fangen wir mal oben auf der liste an bauzun hat quartalszahlen geliefert und die hatten es in sich der umsatz ging im q1 um nette 43,3 prozent nach oben und das bei gleichzeitig steigenden margen der gewinn pro aktie war mit 13 cent sogar drei cent höher als erwartet bauzun hat im selben zuge angekündigt 125 millionen dollar in eigenen aktien zurückzukaufen ich bin da etwas zweigespalten auf der einen seite finde ich es schade dass das geld nicht für weitere zukäufe und übernahmen genutzt wurde aber auf der anderen seite ist es ein gutes zeichen wenn das management die eigene aktie auf dem aktuellen niveau so attraktiv findet und das kapital hier allokieren möchte fazit zu bauzun absolut starkes ergebnis operativ läuft alles und das umsatzwachstum ist super stark beim subscription economy anbieter zuora war das wachstum nicht ganz so stark der umsatz hat zwar die analysten erwartungen geschlagen war mit 12,6 prozent jedoch nicht ganz so stark zora befindet sich gerade etwas in einer neuaufstellung und so freut es mich dass der wichtige abo modell umsatz immerhin um 19 prozent gewachsen ist zora hat außerdem zu einem management meeting einberufen und die neuen ziele für das jahr 2025 rausgegeben diese kamen am markt gut an man will 25 prozent im abo modell umsatz wachsen und die dollar based net retention auf 112 bis 115 us dollar heben damit bin ich absolut zufrieden die abo modell bewegung steht noch ganz am anfang und so braucht etwas zeit um sich vorzubereiten beim online bildungssoftware anbieter für universitäten to you gab es ebenfalls super starke quartalszahlen der umsatz ist deutlich schneller als im vorquartal mit 32,5 prozent gewachsen sowohl beim umsatz als auch beim gewinn pro aktie konnte man die erwartungen übertreffen to you geht weiter seinen weg man nimmt immer mehr universitäten in seinen kundenstamm auf und schließt kooperationen und nicht vergessen wenn eine uni erstmal mit to you kooperiert ist das fast schon ein garantierter umsatz auf unbestimmte zeit da man so stark in die strukturen der universität integriert ist das bekannte fortune magazin hat eine neue rubrik wo sie rankings über online bildung und digitale bildung aufstellen man stellt nun ein online mba ranking auf erstens mal laufen fast alle programme hier über to you und zweitens ist to you partner von fortune to you hat sich so einen namen im bereich digitale online bildung gemacht dass fortune direkt to you als eigenen partner für dieses programm auserwählt man hat sich einen wirklichen namen in der szene gemacht wer von online bildung spricht spricht von to you vor allem in den usa ich habe neulich übrigens eine studie gelesen woraus gefunden wurde dass sowohl unternehmen als auch studenten mittlerweile selbst ohne pandemie immer mehr einen online abschluss vorziehen würden aufgrund von der standortunabhängigkeit vereinbarung von beruf und bildung und dem preis den man dafür zahlen muss fazit zu to you man hat also einen starken umsatz geliefert starken gewinn pro aktie und stellt sich weiterhin als der marktführer im digitalen bildungssegment auf check alle punkte gefallen mir bei meinem zugpferd fiverr ist es ähnlich was soll ich groß sagen umsatzwachstum 100% gewinn pro aktie stärker als geplant und der ausblick für 2021 wurde deutlich angehoben mittlerweile ist man gut profitabel und das wachstum ist einfach nur krank ich bin absolut zufrieden mit der entwicklung auch mit den neuen produkten die man auf den markt bringt wie in meinem letzten video über fiverr vorgestellt mein kleiner deutscher solarparkbetreiber und konsolidator 7c solarparken läuft ebenfalls geradlinig weiter nach oben man hat zwei neue solarparks einkaufen können und die 2020er zahlen geliefert rekordjahr auch hier weiterhin gutes wachstum und nur gutes zu berichten meine zweite gold aktie neben firefinch die früher teranga gold hieß und jetzt in endeavor mining umgenannt wurde hat vom goldpreisanstieg enorm profitiert der umsatz ging um 180 prozent nach oben die produktions kapazität hat sich verdoppelt die kosten gingen um drei prozent runter absolut zufrieden medallia der kunden erfahrungs cloud anbieter hat ebenfalls zahlen geliefert jedoch waren diese eher durchwachsen der umsatz zwar besser als erwartet ist aber dennoch nur um 16 prozent gewachsen zudem war der ausblick auf die nächsten quartale eher enttäuschend es sieht so aus dass 2021 ein eher kniffliges jahr für medallia wird aber es gibt auch gute news zum einen hat man zum ersten mal 100 millionen us dollar am abo modell umsatz einfahren können und zum anderen hat man weitere neukunden und partnerschaften gewinnen können so zum beispiel mit live person eine mittelmäßig großen anbieter in dessen produkt man nun integriert ist ein schwächeres quartal gehört auch mal dazu nur langfristig wird sich zeigen ob das geschäftsmodell funktioniert und das management abliefern kann und man ist immerhin ja trotzdem um 16 prozent gewachsen mit chinesischen aktien ist das ja so ein eigenes ding mit den status updates da hier alles sehr spärlich und nach und nach kommt aber endlich hat das mega injertag song an seinen jahresbericht für 2020 abgeliefert die entwicklungen sind durch die bank weg sehr positiv in meinen augen viele bereiche waren von der pandemie immerhin betroffen und trotzdem konnte das management durch richtige priorisierung gut abliefern der umsatz durch digitale versicherungspolizen ging um 14 prozent nach oben und der profit hat positiv überrascht man ist dass der verlustzone deutlich in die gewinnzone gerutscht was ich auch sehr spannend finde ist dass der umsatz mit technologie exporten um deutliche 35 prozent zugelegt hat song an ist die ein high tech unternehmen welches mit künstlicher intelligenz machine learning und dem ganzen schnickschnack seine versicherungspolizen automatisiert und abwickelt man sieht sich selbst nicht als reiner online versicherer sondern eben auch als software schmiede für die versicherungsbranche und lizenziert seine technologie an andere alte versicherungshäuser und dieses segment wächst anscheinend überproportional gefällt mir gut bei corse hatte ich ja noch mehrmals nachgekauft das lag unter anderem an diesen quartalszahlen hier der umsatz und der gewinn pro aktie wurden übertroffen wie bei fiverr hat man ebenfalls den jahresausblick für 2021 deutlich angehoben das umsatzwachstum lag bei 71,6 prozent und der gewinn pro aktie war ebenfalls super stark wenn wir beim thema gaming bleiben lasst uns doch gleich die neuesten zahlen von embracer anschauen umsatz gegen 80 prozent nach oben abit um 216 prozent super starke zahlen sehr interessant finde ich hier dass das wachstum eben nicht nur durch die vielzellen zukäufen und demnach anorganischen wachstum kam sondern das organische wachstum mit dem bestehenden spieleportfolio noch stärker gewachsen ist mit 85 prozent man kann also die bereits bestehenden spiele im portfolio gut monetarisieren und trotzdem ruht man sich nicht aus seinen lore bern aus die anzahl der sich in entwicklung befindeten spiele ging um 55 prozent nach oben und die anzahl der mitarbeiter wurde mehr als verdoppelt man ist pur auf wachstum aus so wurden erneut gleich vier weitere übernahmen angekündigt zwar eher kleine spielestudios aber die pipeline reist nicht ab und dann kam noch eine größere news mit großem ausmaß und zwar hat der spiele gigant activision blizzard verkündet den vertrieb seiner spiele durch retail channels auszulagern und zwar an koch media koch media ist eine der großen sparten der embracer group fazit ist also selbst bei spielen von activision blizzard verdient embracer jetzt mit die infrastruktur der gaming industrie verbreitet das geschäftsmodell enorm mein neuzugang 1 800 flowers hatte kurz nach meinem kauf auch zahlen geliefert umsatz ist explodiert mit plus 70 prozent gewinn pro aktie ebenfalls positiv überrascht und die analysten übertroffen meine investment these ist hier ja die extrem geringe bewertung bei trotzdem starken wachstum und marktführerschaft in einer attraktiven nische und genau das sehen auch immer mehr analysten das kursumsatzverhältnis kleine 1 sticht einfach heraus analysten sehen fast 100 prozent abseits bei der aktie ob man darauf jetzt viel geben sollte oder nichts einmal dahingestellt auf jedenfalls bin ich bei meiner neuen aktie 1 800 flowers direkt von anfang an überzeugt ein weiterer titel der neue zahlen geliefert hat nachdem ich sie vorgestellt und eingesammelt hatte war hims and hers die earnings war nicht so gut wie erwartet aber der umsatz ist stark davongezogen plus 74 prozent im q1 das wachstum ist wirklich enorm die profitabilität kann man sich später immer noch anschauen wenn man wichtige marktanteile und kundenstämme gewonnen hat so das waren mehr oder weniger alle berichte und news die erschienen sind kommen wir nun zur performance der aktie im sinne von kurssteigerungen to make it short die aktien haben durch die bankwelt gut korrigiert im sog der ganzen tech aktien marktschwäche hier ist als beispiel meine fiverr gezeigt von 250 euro auf teilweise 130 euro die frage ist aber ist das nun gut oder schlecht ich möchte hier kurz ein paar sätze zum thema mindset sagen wenn fiverr zum beispiel um zehn prozent fällt bekomme ich schnell kommentare unter meinem fiverr video wie he he das war doch klar dass die aktie so fällt oder so schnell kann es gehen ich frage mich dann oft so what ich glaube viele wissen nicht was es heißt langfristig zu investieren man sagt das zwar immer so schnell aber die wenigsten denken wirklich so hier mal ein beispiel auf der x-achse haben wir die zeit und auf der y-aktie die höhe des vermögens wann interessiert es mich denn wie viel vermögen ich mir aufgebaut habe ich nenne diesen bereich einfach mal zukunft dieser kann für jeden individuell sein aber meistens ist er doch noch einige jahre hin egal ob früh ruhestand normaler renteneintritt privat je da sein oder wenn ich mein vermögen anspare um irgendwann eine immobilie zu kaufen jeder hat seine eigene art von ziel und warum man das ganze macht mein ziel ist der vermögensaufbau für die altersversorge beziehungsweise schon mit 40 bis 50 jahren beruflich etwas kürzer treten zu können das bedeutet die phase wo es bei mir wirklich relevant ist die vermögen ich aufgebaut habe ist irgendwann in 20 und 30 oder 40 jahren hier interessiert es mich dann wirklich was ich auf der hohen kante habe weil das bedeuten kann wann ich in teilzeit wechseln kann wann ich in den ruhestand gehen kann und so weiter also wirklich eine reelle auswirkung hat aber was ist davor die ganze phase davor bezeichne ich jetzt einfach mal als vermögensaufbauphase nehmen wir mal meine fiverr position fiverr ist bei mir super gelaufen im peak hatte ich aus 2000 euro 30.000 euro gemacht und jetzt außer dass mein depot eine grüne zahl gezeigt hat was hat mir das gebracht solange ich nicht verkaufe und gewinne realisiere bringt es mir effektiv 0,0 dass diese position jetzt hohe buchgewinne aufgebaut hat jetzt ist fiverr wieder gefallen und meine position ist 20.000 euro wert ich habe effektiv 10.000 euro weniger buchgewinn im depot stehen und jetzt es ändert einfach gar nichts für mich außer diese virtuelle zahl was ist denn morgen ein neues geldtruck programm angekündigt wird dann steigen alle aktien wieder stark an wenig später kommt dann eine neue wirtschaftskrise und alles fällt wieder so was ändert sich jetzt für einen langfristigen investor der erst in einigen jahren verkaufen möchte solange wir uns in der vermögensaufbauphase finden ist es doch völlig egal wie hoch die aktien und das depot stehen was meiner meinung nach viel relevanter ist sind die fundamentaldaten kurzfristig folgen die aktienkursen nämlich ereignissen wie politik marktnews krisen sonderthemen oder ähnlichem aber langfristig folgt der aktienkurs vor allem einem den fundamentalen daten und den fundamentalen entwicklungen eines unternehmens das heißt wie erfolgreich das unternehmen wächst umsatz generiert wie viel gewinn hängen bleibt und so weiter bevor wir jetzt also anschauen sollten welche aktie um wie viel gestiegen oder gefallen ist und wie viel rendite ich damit gemacht habe was absolut irrelevant ist sollten wir einen blick auf die geschäftsentwicklung meines wachstum depots legen bei allen titeln die zahlen für das q1 geliefert haben seit dem letzten update habe ich hier mal das umsatzwachstum gesammelt im mittel sind meine unternehmen um fast 70 prozent im umsatz gewachsen im q1 das ist enorm stark und zeigt dass die firmen einiges richtig machen vorhin habt ihr sogar gesehen dass die mehrheit nicht nur beim umsatz die erwartungen gesprengt hat sondern auch beim gewinn pro aktie solange bei den unternehmen alles rund läuft ist es mir doch völlig egal ob der aktienkurs mal hoch oder mal niedrig steht ich spinne den gedankengang weiter ist es nicht sogar viel besser wenn die firmen abliefern und dabei einen niedrigen aktienkurs haben dieselben leute die vor sechs monaten gesagt haben man alle aktien stehen so hoch voll schade ich habe die chancen verpasst sind jetzt die leute die sagen war doch klar dass der markt überbewertet ist und alles fallen wird ich stehe lieber an der seitenlinie langfristig denken ist hier meine key message wer einmal am tag in sein aktiendepot schaut und bei kursverlusten nasse füße bekommt sollte sich wirklich überlegen ob das langfristige investieren wirklich langfristig gedacht ist schauen wir uns aber dennoch allein aus transparenzgründen mal die entwicklung des depots in zahlen an ich meine ich finde es ja auch spannend auch wenn ich weiß dass es keinen unterschied macht was da jetzt genau rauskommt denn nicht nur aufschwingen gehören in der börse dazu sondern eben auch downphasen einige titel die letztes mal noch hoch im plus waren sind jetzt im minus die starken gewinner sind nicht mehr ganz so stark im plus in euro sieht das ganze dann so aus einige positionen haben buchgewinne verringert und manche titel sind ein paar hundert euro im minus beim letzten update war das depot rund 50.000 euro im plus bei einem kursgewinn plus von 220 prozent in summe ist das depot nun 33 plus bei einem buchgewinn von plus 90 prozent im vergleich zum letzten update ist das depot also ein wenig zurückgekommen was wäre denn jetzt der vorteil wenn das depot 500 prozent im plus wäre für jeden der monatlich arbeiten geht so wie ich und nach abzug seiner ausgaben geld an der börse investieren kann um in 20 bis 30 jahren davon zu zehren sind marktschwächen eigentlich wenn man ehrlich ist einer wirkliches geschenk obwohl ich stark investiert bin im markt würde mich ein crash von 50 prozent oder mehr tatsächlich freuen das heißt dass ich monatlich mehr aktien für mein geld bekomme und solange die fundamentals stimmen habe ich auch keine große sorgen dabei denn langfristig folgt der aktienkurs der unternehmensentwicklung und nicht den kurzfristigen news in dem sinne vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal euer finanzbär